So Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Diesmal Hauptzeit 2021. Ein Promopack. Promopacks sind finde ich immer noch eine der coolsten Sachen, die Wizards je gemacht hat. Auf der anderen Seite auch gleichzeitig eine der schlechtesten, weil diese FNM-Promos damit halt leider hinfällig wurden. Und ich finde FNM-Promos halt leider irgendwie cool. Draußen geht irgendein Buchzeug runter. Wir gucken jetzt mal, oh Grimmiger Lehrmeister. Ich sehe schon die erste Karte und nehme schon so, oh. Oh mein Gott. What the fuck. Dieses Set manchmal. Ja, Grimmiger Lehrmeister. Dreimal einer Hexerei. Du suchst eine Bibliothek nach einer Karte, nehmt sie auf die Hand, mischt dann eine Bibliothek und verliert drei Lebenspunkte. Diese Karte war einfach mal 200 Euro schwer. Also nicht genau diese, sondern halt das Original. Das zeigt halt schon, was ein Reprint mit einer Karte macht. Das ist schon krass. Unsere zweite Karte ist ein Herz-Feuer-Brandopfer. 200 2.2 mit Bravour. Also immer wenn ihr einen Insider-Sorcery spielt, ne nicht Kreaturen-Zauber spielt, kriegt der plus 1.2. Und für einen rotes Mana könnt ihr den opfern, um eine Kreatur der Planeswalker-Schadenhöhepunkt zu einer Stärke zuzufügen. Und dann haben wir, uh, eine Feder. Geläuteter Engel. Der ist, ist der noch standardlegal? Nein, 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 nein. Warf the Spark? Fast drei Jahre her, oder? Boah, ist das sehr lange her. Naja, Feder. Geläuteter Engel. Zwei Weiße, ein Rotes. Drei, vier fliegend. Immer wenn ein Spontansaber oder Hexerei gewickt wird von euch, der, beziehungsweise die eine Kreatur, die ihr kontrolliert, als Ziel hat, schickt ihr jene Kreatur ins Exil, statt sie auf den Friedhof zu legen, so wie sie verrechnet wird. Also statt, wenn sie Resolve, legt ihr sie auf den Exil, statt auf den Friedhof. Und zu Beginn des Endsegmentes bekommt ihr die Karte zug auf die Hand. So, dann haben wir noch den Arena-Code. Und es ist gar nicht mal so bad gewesen. Das war schon ganz okay. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis Bis zum nächsten Mal.